Hab alle! Jawoll! Ich habe ja mehrere davon. Ein Shield habe ich noch. Kann ich hier setzen. Die Wände hier sind in dem Gebäude relativ stabil. Die können nicht gesprengt werden außer die Hauptwände. Kommst du rein? Machen wir die hier noch zu? Ja. Ich habe auch dreimal Stacheldraht gehabt. Das ist auf dem kompletten Treppenhaus. Das ist komplett zu. Das hören wir, wenn die da lang kommen. Die Vase hier stört mich. Was sind jetzt alle hier drin? Ja, ja. Die anderen sind unten, ja. Mit der geilen MP7, Alter. Ein richtig geiles Ding. Wenn hier was gesprengt ist, dann habe ich immer noch mein mobiles Schild. Du wirst ein bisschen was abschenken. Ich habe jetzt halt, wie gesagt, dreimal dieses Shockwire. Ich weiß aber nicht, wo ich das verwende. Kann ich das an deinem Schild dran bauen, weil das aus Metall ist? Naja. Keine Ahnung, wie ich das verwende. Shockwire. Doch, jetzt setze ich das ein, hä? Ach Leute, das Schild ist jetzt unter Strom. Geh da nicht zu nah rein, ich kann dir auch Schaden machen, ne? Ne, ich wollte es ja mal probieren, aber... Ach so. Passiert noch nicht. Ne, passiert nicht. Ich kann drüber springen. Okay. Okay, die sind unten auf der Treppe. Okay, ich muss mir echt Elektrogegenstände. Dann mach ich mal dein Schild auch noch. Pimp mal, Schild mal. Der erste kommt hoch. Der ist gleich bei uns da. Ist das bei uns? Hier, da in der Mitte. Basti, ich habe mich hinter dir festgeklemmt. Okay, gut. Der kommt gleich hoch. Kommt der auch mal rein. Shit getting real, guys. Es sind zwei Leute oben. Ja, die haben hier neben uns die Schaden... Könnt ihr mal das Fenster decken? Und ich mach hier wieder zu. Seh aber nicht, weil es staubt. Okay, macht das Fenster zu. Deckt ihr das? Oh fuck, da ist einer runtergefallen. Habt ihr gesehen? Seh nicht, ist alles grau da draußen bei mir. Mach das Ding wieder zu. Ich muss aber dazu aufstehen und reingucken. Okay, deckt mich, deckt mich, deckt mich. Ich habe Angst. Läuft. Ey, wenn die jetzt hier durchballern. Okay, ich würde sagen, wir gehen in den Keller. Ich habe jetzt eine übelst Langsam. Das stand sogar in der Beschreibung, dass der Typ langsam ist. Ja, du siehst auch übel, ja. Dick aus. Gehen wir durch den Keller? Ja, ja, durch den Keller würde ich sagen. Aber mach langsam, ne? Hier ist doch schon die Bombe. Ja, das ist noch auf der anderen Seite. Ne, die ist schon hier. Achso, lol, auf jeden. Na dann rein und dann defusion, oder? Ja. Einfach einfach durch. Puff, 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 puff. Ich bin da. Oh, jetzt braun bis noch der, der sitzt defusion. Oh, fuck, ich habe jetzt auch, was ich gerade was ausgewählt. Äh, wie komme ich damit weg? Ich kann das nicht auswählen. Oh, nein, ich habe mich gerade verdrückt. Ich bin da und... Er steht genau um der Ecke. Hotboy. Flashbang out. Also jetzt da. Noch ne Flashbang. So, bisschen aggressiv hier. Aggressiv. Weg mit dem. Äh. Ja, ihr Ficker. Oh, lol. Da war ja noch ein Gegner. Ich habe gerade einfach meine Granate blind geworfen. Genau, in so einem Bild. Da macht die wieder zu, der Wichser. Oh, das scheiß Stacheldraht. Aua, mein Knie. Ey, wieso stirbt der nicht? Weiß es nicht, da liegt immer nur einer. Oh, der ist ein bisschen cleverer. Hinter uns? Ich habe, glaube ich, was durch die Wand gehört. Hörst du das auch? Ja. Hier fahren Kameras rum. Ja, ja. Hinter dir, hinter dir, bitte. Boah, sogar mit Sprengsatz? Ich bin tot. Ja, ja, dich. Wie hat denn da das gemacht? Macht man ruhig mit da reingehen, ja? Ja, ja, ich habe gerade hier. Ich bin nämlich gerade hier am Chargen. Oh. Ach so, lol. Mit Radar hat er einen. Achtung, jetzt geht es gleich richtig ab, Alter. Was hier nicht sicher links war? Ich habe zwei Leute, ich habe drei Leute. Sehr schön. Ich habe zwei Leute, ich habe drei, ja. Das ist dieses Spatznass-Ding. Du machst das halt an die, dort an die Fenster ran. Und dann schießt er da Granaten durch. Was du gemeint, dass das wurde... Genau. Und wenn die halt alle im Kinderzimmer sitzen, bombst du die damit alle weg. Da kann keiner fliehen. Da müssen die erst die Wände einraisen. Das ist echt mies. Was ist denn das für ein Geräusch? Klang wie ein Granatwerfer. Oh, der hat seinen eigenen Mann gekillt. Richter geiler Ficker. Oh, 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 da kommen sie. Ich helfe dir. Ey, stell dich doch nicht vor mich, du Trottel. Ja, was soll denn das? Hab einen. Ne, ich nicht. Jetzt. Der Arm wird er geholt. Hinter dir? Ne. Doch, hinter mir. Ja, links aus dem Raum, den wir zugemacht haben. Ah, ich sehe es, ja. Aber da ist alles voll mit Rauch. Ah, da hat der mich noch gekriegt. Ich habe den über gehittet. Schild hat er in der Hand. Der ist immer noch da. Der guckt aus dem Schild und schießt mit der Pistole. Oh, das ist ein Schild. Schild, ne? Der hat ein Schild in der Hand. Was soll ich denn da machen? Ah, das weiß ich auch nicht. Das ist scheitere ganze Zeit nur hinter ihnen irgendwie. Ach, ey, ohne Schild, was soll man denn gegen Schildleute machen? Ja, das ist schwierig. Also hat nur C4 oder sowas. Na, das hast du ja auch nicht so oft dabei. Nein. Der Typ von dir, Alter. Jaggernaut. Das ist richtig Jaggernaut, Alter. Auf jeden Fall. Aus dem Weg, ihr Wichser. Was? Das wollte ich nicht. Fuck it, Alter. Klopf, klopf. Ne, mir leid, Alter. Hab einen. Ich glaube, hier links von mir sitzt einer. Ja, da sitzt einer links von mir. Haben noch einen down, aber der ist noch nicht tot. Der liegt unter Rick jetzt quasi, in dem Raum unter Rick. Okay, kann ich von der anderen Seite rein? Ich gucke mal. Ja, da ist ein Fenster. Okay, die sind ganz oben. Oh, der hat mich gleich... Ich bin gleich down. Aber wie schnell sie auf das Fenster ziehen können, Mann. Und das ist ein Fenster. Ich habe einen. Nein. Ich habe einen. Ich habe einen. Ich habe einen. Ich habe einen. Die anderen zwischen oben. Hab noch einen. Jetzt ist es nur noch einer. Hab alle. Jawoll. Suck mal dick, Mensch. Nehmen wir direkt das Fenster. Bist du hinter mir? Ja, ich bin jetzt gleich hinter dir. Jetzt klären wir alle hier hoch. Na dann lass die mal das machen, bevor hier... Achso, man kann hier mit dem Seil einfach weiter rutschen. Ich hab gedacht, du musst hier jedes Mal neu setzen. Nee, nee. Wollen wir auch Fenster nehmen? Ja, ich guck erstmal kurz hier rein. Hier ist nichts. Deine Schuhe, Alter. Du hast hier irgendwelche lila Sneaker an. Echt? Ja. Das ist schwarze, Alter. Enter. Jetzt hab ich das X für Enter gehabt. Das hatte ich vor uns nicht, als ich dich gefragt hab. Ich bin drin. Auch drin. Das war nicht die Treppe, die die hier so verbarrikadiert haben. Ja, da war Stacheldraht auf jeden Fall in der Treppe. Boah, ich hab mich jetzt gerade in den Puppen hier erschreckt. Oben? Ne, hier, die hier, warte mal. Achso, die hier. Ja, ne, ich würd schon, das wird so ein bisschen vor... Das muss ich sehen, okay. Ja, weil wenn wir wirklich noch... Irgendwas passiert. Ich mach mal hier noch die Wand zu. Kann mir nochmal zugreifen eigentlich bei dem Schild. Hold, was fähig? To reinforce. Leute, wieso kann ich denn das auch? Was? Das ist wahrscheinlich auch durch den Typen jetzt, ja. Da sind wir auch wieder am Ende angekommen. Ich hoffe, euch hat mein erster Eindruck von der Beta gefallen. Und ja, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr generell von Rainbow Six Siege haltet. Und gebt mir mal Tipps, was ich gegen Leute mit Schild machen soll, außer auf die Füße zu schießen. Weil irgendwie so wirklich im Gefecht klappt das nicht so. Und ja, ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Bye-bye, Leute. Und... Tschau!